Jeder hat seine Gründe, warum man spart. Das Wichtigste ist sowieso, dass man spart. Und vor allem wo. Irgendwem will man sein Geld ja auch nicht anvertrauen. Am besten einer Bank, die es schon länger gibt, als den Euro. Sogar länger als den Schilling. Gut zu wissen, wo mein Geld daheim ist. Wenn es um Sparen geht, ist nur eine Bank meine Bank. Raiffeisen, meine Bank.